Hallo zusammen, Aizocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Auf, Auf und Davon anzunehmen bei Sassi Havtsang auf den verlorenen Inseln an dieser Position. Vor Quest war Abschied auf Zeit. Oh, der Galle Wix hat was dagegen anscheinend. Wo ist der? Wir müssen jetzt anscheinend diese Rakete benutzen. Gleich daneben. Einfach rechtsklicken und diese Sprechplätze hier anklicken. Der Galle Wix ist anscheinend fertig. Und wir düsen ab. Überleben wir es. Ich hoffe. Punkt Landung. Alles sicher, aber okay. Quest ist abzugeben bei Vorarbeiter Feuchtlunte. Auf den verlorenen Inseln an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dazu blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre gut, wenn ihr auch da vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!